moin leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen fifa mobile 22 video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit am start hat freunde und ja freunde donnerstag 19 uhr 30 endlich wieder ein stream ich habe richtig bock auf den stream werden richtig eskalieren wir werden rein starten in das team of the tournament was herauskommen wird wir werden noch mal schöne packs öffnen im wm event wenn man vielleicht ein spieler abholen mal gucken ob das reicht von den punkten wird auf jeden fall eine wilde angelegenheit und ja freunde heute im video heute im video haben wir wieder ein bisschen was vor ich habe meine rang belohnungen jetzt hier von ea bekommen ich habe wieder bei beiden ein prozent geschafft das heißt wir kriegen jetzt gleich wieder ein 102 plus und 100 plus und zusätzlich werde ich noch im star pass auch noch ein 100 plus da habe ich noch eins für euch vorbereitet das heißt heute ein schönes pack oberling vielleicht haben wir ja peck lang würde ich begrüßen ja für viele coins weil ihr wisst wahrscheinlich ich hatte ich hatte gestern wenn wir schon angekündigt ich denke mal wo ich bin mir sicher dass es ein markt crash wieder geben wird und deswegen habe ich mich auch entschlossen meine ganzen guten spieler die ich dann im video genannt habe zu verkaufen die werde ich wahrscheinlich dann morgen oder übermorgen im video euch das wird wahrscheinlich zeigen damit ich die halt noch verkauft bekommen für viel coins weil freunde ich bin mir eigentlich ich bin mir schon sicher und auch die meisten von euch sind sich also haben wir in die kommentare gestern geschrieben dass ein markt crash kommen wird genau von daher ja wenn ich alle meine spiele also nicht alle meine spiele ich hatte gestern ein paar spieler genannt die ich verkaufen möchte die welt verkaufen und dann ja vielleicht 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 hatte ich ja dann eine milliarde coins alter das hart oder das muss ich mal kurz das wäre krass das wäre wirklich krass wenn ich da jetzt dann die eine milliarde es könnte vielleicht klappen weil ich habe in jahren ziehen wenn ich verkaufen möchte der ist noch ordentlich was werden messi hakimi war es ja noch und warum das könnte knapp werden war vielleicht wenn wir jetzt heute becker kam von vielleicht wenn wir jetzt becker kam knacken wir die eine milliarde ich bin gespannt ich würde sagen von wegen rein in meine rewards wir holen uns zuerst das 100 plus backup genau dann kommt das 102 plus berg ich gehe noch die fiefer points immer täglich dazu ich möchte es noch mal abholen ist irgendwie so ein bug der schon länger da und jetzt geht es los und es ist pack um können können bitte können 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 100 das so ist es bleibt dabei also aus diesen tags habe ich wirklich bis jetzt noch nie pack gehabt wirklich noch nie 102 plus bitte 102 plus bitte wenigstens ein pack ihr bitte kommt schon können und können bitte 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 um bale bale ist okay bale ist okay freuen ja nämlich mit wichtig und richtig wichtig und richtig 104 er gezogen let's go alter das ist geil das nehme ich mit 18 million die specken das ist cool herrn ist es ist super dass da gehe ich muss gehen raus das nehme ich doch hier mit geht da raus denke mal der geht raus das ist geil und okay schleiche 17 17 könnte rausgehen nehme ich aber mit nehme ich mit finde ich cool ist eigentlich ganz solide ich kann mir jetzt hier noch schnell auf habe ich mir schon bei stadion die ganzen an die kann ich mich schon abholen genau sagt kommt wollen dann öffne ich jetzt gleich noch mal ein schweini pack ich habe bock ich habe hoffen schweini pack ich habe keine ahnung warum ich so süchtig bin da schweini weiß nicht wahrscheinlich immer bezogen habe deswegen aber ja ich habe auch hoffen schweini pack wenn wir den jetzt noch ziehen würden das wäre auch komplett eskalation das wäre auch komplette eskalation jetzt schon wieder naja wegen rein in den job so ich kann sowieso nur noch maximal ok doch ich kann doch und ich kann auch mal texel ok wegen rein schweini pack jetzt kommen ihr bitte ganz schweini ganz schweini naja und ich will mich nicht bestellen weil ich habe ja schon mal gezogen genau wie würden ich würde sagen wir gehen jetzt noch mal in den star post hier habe ich noch mal 100 plus tag bin ich mal gespannt kann ja auch noch mal rein schaltern kann ja auch noch mal rein schaltern ich habe jetzt hier war 3000 alles für den stream freund wichtig und richtig an der stelle zack 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 genau ja und ronaldo bin ich weiter am start und ich würde sagen wollen wir renten wie den rein 100 plus tag kommt schon die gönnen noch mal gönnen noch mal ein spieler was er so wild kann schon bitte gute flagge bitte gute flagge schweiz könnte alles sein ich weiß es nicht aber ich zieh zweimal so mein gott zweimal so das ist jetzt wirklich hart das ist jetzt wirklich hart zweimal so es ist auch schon wieder so bodenlos naja oh mein gott zweimal so ich kann die wahrscheinlich nur in umtausch hauen aber gut ich habe wahrscheinlich nicht mehr genügend spieler dafür oh ist das hart ja ich will jetzt da nicht noch mal 100 spieler kaufen gar bock jetzt da drauf boah und hat das zu hoffen das ist wirklich schon radikal naja hoffentlich geht mein bild noch raus dass ich da wenigstens ein paar kreis bekomme ja auf jeden fall welche spieler wie gesagt die ich verkaufen möchte jaren sino dann werde ich verkaufen bringt noch mal schön kreis messi ist auch noch über 100 millionen wert kimi verkaufen und ja den rest erstmal nicht also halt die genau die vier spieler ja wann da ich hatte überlegt mache ich aber nicht roberto carlos mache ich auch nicht habe ich überhaupt ersatzspieler dann wo ist eigentlich egal bin ich da wo da wo die gold spieler da reinstellen ach du kacke ja gut hier kann ich sie dann reinstellen das ist schon mal ganz okay warum ja komm stelle ich ein sowas oder beck im rein kimi habe ich da jemanden habe ich niemanden ach du scheiße ja naja freunde wird sich schon mit sich schon eine lösung finden auf jeden fall und genau freunde also damit die verkaufen und dann auch noch mal ordentlich kreis hoffentlich ausschlagen und ja ansonsten würde ich sagen dass gewinnt sein mit dem video wenn es euch gefallen hat gerne lassen oder dann sehen wir uns morgen in alter frische wieder freunde macht's gut bis morgen haut rein und ciao